ich mag irgendwie das kleine fett gefällt mir richtig gut ich bin damit sehr zufrieden so wo die küsen wo haben die küche schon auf dem dach tanzen dann ist dann ist zeit zu gehen ja das kann das zeichen wo dann sollte ich mal den rot sie wieder ein das auch nicht schlecht zum see und dann geht er direkt eine höhle rein vom see oder fluss ist das oder warten die bären und das auch ein bär eine einige werden landen dann dann da mal reichen scheiße oben hier ist auch nicht so gut jetzt nur da rein zu gehen da greift mich das an das ist hallo lass mich in ruhe aber natürlich mich auch verdrückte ich nicht ja ich war noch nicht mal in der nähe vom bär dann kommt der war da siehst du mag dich anscheinend sehr mein geruch eilt mir voraus so noch was knoblauch dann das zeug das zeug das ist nicht zu essen ist na gut ich hab jetzt hier auch kotten reingemacht aber sehr ist egal so dass haben wir auch soweit geschafft wo haben wir noch hat gotten 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 weißen so dann sind schon mal die regale so ein bisschen voller weißt du machst du was könntest ja denn echt mal uns was schönes zu essen zaubern das hitzen da eigentlich könnte man mal gucken was wir so haben ich wette wir brauchen eh denn noch so milch und so stimmt milch müssen wir uns auch noch mal so ich habe mal hier passt es zumindest in den ofen melone gibt es auch noch er macht das mal ich habe auch noch ein bisschen fleisch in den schränken was ist hier wenn man eigentlich so einen goldenen apfel golden etwas für den gut wird man da satt davon oder wie kann man überhaupt essen ich bin ein bisschen verzaubert ich hab da jetzt mehr herzen oder wie man kriegt zwei herzen weißt du bei dem goldenen apfel hast du zwei herzen mehr weißt du ja sag ruhig was wolltest du kerzen kannst du dir auch machen ach du scheiße ok so und ich muss mir zum nächsten Mal müssen und ich muss ich muss gerne haben kennt war Apple Pie Interessant, interessant Lalalalala Ach guck mal hier haben wir auch noch was Ah guck mal hier ist er schon gewachsen der Dschungelbaum Ein Fisch-Centowich Wenn ich jetzt den klein mache dann müssten da auch paar Sätzlinge kommen Hoffentlich Mach du Scheiße Und du? Bacon-Cheese-Burger Wie viele Sätzlinge habe ich jetzt? Auch nur einen? Also mit dem Essen wird auf jeden Fall ein komplexes Thema werden, das zeigt dir Aber bin ich mal gespannt an wie viel, also wie das sättigt dann, ne? Ja, bin ich auch mal irgendwie gespannt drauf Gut, hier könnte man eigentlich schon mal wieder ein bisschen weitermachen, aber irgendwie... Ah ja, ich weiß nicht Ich glaube ich geh, na gut schlafen Kacke Wolle hast du immer noch nicht, oder? Ach ja, ich hab Wolle, genau Okay Ach guck mal hier haben wir noch ein paar Dinger, die kann ich dann auch entpflanzen Du bist... Du bist drin, ne? In die Schublade machen Ne, warte mal... Die Wolle hier in die... Kiste So Und Holz tue ich mal ins Lagerhaus Mach das Beziehungsweise... Ich mach mir nochmal ein paar Zäune So So Hier ist der Stein, ne? Oder hier hast du auch bei Du hast auch bei Beziehungsweise... Tue ich das mal hier unten links... Ne, Kutsch Muss man das so machen, also... So Ne, anders Das ist doch richtig Ach süß Ach süß So wo sind die Wolle, ach da Dankeschön Biddu Äh, das wird nämlich auch schon dunkel Das passt Ja, ich weiß, deswegen kam ich ja drauf Dann mach ich mir mal ein Bett Das ist doch ganz nett Richtig Richtig Und geh dann schon mal schlafen So Ah, schön Und wie ist dein neues Bett? Ist es besser als das alte? Ja, definitiv Gerade die Matratza Na gut Das Ding ist ja so Durchgegangen Richtig So, ich muss mal eben was gucken Gut, hat sie erlegt La 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 Okay, ähm Bauen wir jetzt mal ein paar Zäunchen Wann das jetzt? Dann erstmal die GD Sticks Ah, wunderschöner Sonnenaufgang Und dann war das glaube ich so Oder? Wann so? So Und so Zäune So Okay, so Oder habe ich jetzt ja Massig Zäune Was ist das denn? Vielleicht soll ich Wer wie was? Wer wie was? Im Lagerhaus ist irgendeine Flasche Ach, eine Flasche? Ja Ja Ah, hier Hier Inspektor Gadget Gadget? Ja Kenn ich auch noch Ähm Moment mal Ich bräuchte doch noch ein bisschen Holz So, ich baue mal die U-Bahn weiter Einfach mal hier so ein bisschen runterjumpen Und ich kümmere mich mal hier ein bisschen um Viehzeug Ach, Quatsch Hm Ich war glaube ich denn so rum, ne? Ist richtig Ne Ne Da Tor So, ich glaube es ist Ah, gut, ihr habt ne Spettsacke bei Immerhin So, perfekt So Ne Mine könnten wir eigentlich auch mal finden, ne? Ja Wir bräuchten echt auch sowieso mal noch ganz viele Diamanten, weil ich Wäre schon nice, wenn man da eine Diamantierrüstung hätte Um da mal so ein Dungeon reinzugehen Diamantenrüstung Dafür sind mir Diamanten echt zu schade Am besten immer einraben, weißt du? Hm Ah So So Genau, der Teig, der Teig Machen wir, hier kommen wir Gehge rein Und sozusagen So Machen wir das dann Wir haben wir denn da jetzt Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Tolle nochmal Jetzt kriegen wir ja echt ne neue Spritzer Kann machen, ich glaub's ja Zehn, ne? Ey, oder elf Wollen wir zehn, ne? Zehn ist Glaub ich ganz Elf, ne? Ist besser Dann haben wir das so mittig dann Richtig Ja So So Schon mal an der Treppe gebaut Sehr schön Ne Dann Eins Zwei 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 Drei Vier Fünf Das ist ja Muss das so sein, ne? Also das Eins Zwei Drei Drei Ich wollt hier gar nicht hin Richtig Zwei 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 Drei Ich warte Eins Zwei 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 doch zwölf. Ach, Quatsch. Mann, was will ich denn dauernd im Lagerhaus, ey? Ja, echt, ey. Was machst du denn da? Ey, echt. Voll unprofessionell. Ja, na, eben. So, mal den Bahnhof hier weiterbauen. Zack, perfekt. Ja, und was machst du gerade? Ich mach hier Gehege. Du machst ein Gehege? Ja, für Tiere. Okay. So, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Siehst du? Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, da haben wir so ein bisschen symmetrisch. Symmetrisch hat mir gefallen. Für die Schafe, ne? Verstehst du schon? Die sie ja natürlich auch interessiert, weißt du? Mhm. Ja, deswegen sagen sie doch immer mehr. Okay, warte mal, ne? Dann mal hier schaufeln. Wo wir dann hier noch... Dann waren das zwölf und nicht elf, ne? Oder mal hier eins, zwei... Profi. 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 Konzentration. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier und fünf. So, dann haben wir halt hier so ein Doppelweg, ne? Eins, zwei, drei, vier... Ne, was hab ich da dann gezielt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei... Ah doch. Dann passt das doch. So, Eugner, steigen. Ja, natürlich. Ja. Vor allem das Mikro-Kotzen. Und dann machen wir das Gleiche, genau hier. Und da drüben wir hier mal raus. Und dann haben wir eigentlich auch schon den ersten Bahnhof fertig, mehr oder weniger. Da sind die Zäune wieder. Ah, ne, da hab ich ja doch noch Zäune. Wunderbar. Das ist ja perfektus. Oh, Mann. Das war zu schnell. Und dann hier, das erkennt der den Nainzig überhaupt nicht mehr wieder. Wahrscheinlich nicht, ne. Wenn er mal hier sein sollte, in den Gefilden. So. Dann haben wir hier auch noch ein Torchen. So. Das kommt da rein. Und dann haben wir das schon mal erledigt. Sehr schön. Äh, Deckel könnte man eigentlich ohne auch beloadet. Lass ich so. Ja. Ja auch. Könnte man ja hier denn eigentlich da auch noch so ein Türchen reinsetzen. Und dann versehen wir das erst mal so mit so Fackeln. Dahin und dahin. Ja, ist okay. Gut, dann haben wir das schon mal erledigt. Ähm, mach ich hier Holz rein? Ich glaube, ja. So. Ja, mach das mal. Ich mach das mal, wa? Ja, würde ich auch so sagen.